Mit einem ursprünglich aus Bananen stammenden, abgewandelten Protein könnte man künftig eine Art Universalwirkstoff gegen Coronaviren wie den SARS-CoV-2-Erreger in der Hand haben. Das Protein hat die Fähigkeit, sich an spezielle Strukturen anzuheften, die etwa auch bei Grippeviren häufig vorkommen, nicht aber bei gesunden Körperzellen. Ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung präsentiert zuletzt vielversprechende Daten aus Tiermodellen. Coronaviren tragen auf ihrer Oberfläche komplexe Zucker-Vulgo-Kohlenhydrat-Verbindungen. Das ist auch beim Spike-Protein des SARS-CoV-2-Erregers der Fall. Lektine sind Proteine, die mit Vorliebe an Kohlenhydraten anbinden. Ein Team um Forscher aus den USA, Hongkong, dem unter anderem auch Jo Yin Oh und Peter Hinterdorfer vom Institut für Biophysik der Universität Linz angehören, hat das Lektin H84T Banlek unter die Lupe genommen. H84T Banlek stammt aus Bananen und wurde für die Zwecke der Forscher gezielt verändert. Einer der Gründe, warum solche Verbindungen nämlich bisher kaum therapeutisch eingesetzt werden, ist, dass sie das Immunsystem des Körpers auf ungünstige Weise stimulieren können, was eine überschießende Antwort des Abwärtssystems und damit unerwünschte Entzündungen hervorrufen kann. Die Linzer Forscher verfolgten nun die Vorgänge mit hochauflösenden Rasterkraftmikroskopen. So konnten einerseits die Stellen auf dem Spike-Protein identifiziert werden, andererseits zeigten die Wissenschaftler, dass diese Verbindungen sehr stark und vielfältig sind. Das mache es dem SARS-CoV-2-Erreger entsprechend schwierig, sich vor dem Anlagern der Lektine zu schützen. Sogar als das Team versucht hat, gezielt resistente Viren zu erzeugen, gelang es ihnen nicht, eine Variante herzustellen, die davor geschützt war. Gerade diese umfassende Anwendbarkeit stimmt die Wissenschaftler positiv. Die Forscher zeigten auch, dass das Lektin gegen weitere saisonale und epidemische Coronaviren, wie etwa SARS oder MERS, sowie gegen Influenzaviren ins Feld geführt werden kann. Ebenso andocken kann es übrigens auch an Hepatitis C, HIV, Ebola und Herpesviren. Damit sei es eine hervorragende Möglichkeit für den Einsatz bei künftigen saisonalen Epidemien und globalen Pandemien, wie es heißt. Momentan suche man nach Finanzierungsmöglichkeiten, um die Verbindungen der benötigten klinischen Qualität herzustellen. In weiterer Folge will man den Wirkstoff in klinischen Tests über die Nase, über einen Spray oder Tropfen verabreichen und zur Behandlung und Vorbeugung gegen diverse Erkrankungen einsetzen.